Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video aus dem Kanal. Ja, im letzten Video haben wir animiert, dass die Tür wieder zugeht. In diesem Video würde ich gerne animieren, dass die Villager auch durch diese Tür durchgehen, denn das haben wir im letzten Video komplett vergessen. Ja, ich würde sagen, wir legen auch sofort los und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ach ja, und außerdem wurde mir gesagt, warum die Ammo-Sans hier oben nicht gelöscht werden. Oh, das lag gerade ein bisschen, ich weiß zwar nicht warum. Und zwar liegt das einfach daran, dass der hier nach oben zeigt und nicht zu dem da. Deswegen ändern wir das mal ganz kurz hier so und so. Das ist nämlich hier für den Menschen 2 und das hier ist für die Ammo-Sans. Deswegen hat sich das Ganze nicht gelöscht und ja. Sind die da oben noch? Ja, die sind hier oben noch. Deswegen können wir jetzt einfach hier drauf drücken und jetzt sind sie weg. Super. Gut, also vielen Dank nochmal an der Stelle, dass ihr darauf so geachtet habt. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir machen sofort weiter. Ja, und zwar brauchen wir jetzt einmal, was war denn das nochmal für ein Sound? Ähm, Moment, da brauche ich mal ganz kurz mein Headset. So, dann wollen wir das Ganze mal abspielen. So, und so. Ähm, ja, ist gut. Was hast du getan? Na egal, komm, das müssen wir uns ansehen. Achso, das war das. Okay. Ähm. Dann machen wir jetzt einfach so, machen das hier weg. Dann müssen wir das hier nicht komplett nochmal neu aufbauen. Und gehen dann mit der Animation hier entlang. Und da werden wir dann jetzt einfach wieder die Dings setzen. Also die Sachen, die die brauchen zum Laufen. Äh, was hatten wir da nochmal festgelegt? Ich glaube, das waren einmal Cobblestone Stairs und Polished Unsteed, ähm, nicht Polished Unsteed, sondern Magenta Glazed Terracotta Blöcke, oder? Ähm, was war das? Das war nicht Mensch 2, oder? Das war nicht Mensch 2. 2, das ist, nee, das ist die Tür. Okay. Dann, soweit, so gut. Ähm, dann war das hier Mensch 2 und das andere Mensch 1, oder? Ja, gut. Okay. Ähm, da hatten wir dann jetzt, was hatten wir denn jetzt hier? Ähm, doch, Cobblestone Stairs. Okay, dachte ich mir. So, okay. Ja, Cobblestone Stairs. Okay, dann brauchen wir jetzt einmal Cobblestone Stairs. Und Magenta Gläz Terracotta, da haben wir es auch. Okay. Gut. Ähm. Bis wohin fährt sich der aus? Der fährt sich aus bis nach hier, oder? Ja, der fährt sich bis nach, warum ist denn, achso, das ist kein Amustant. Okay. Ähm, der fährt sich bis hier in der Aus. Ähm, das heißt, wir brauchen, nee. Doch, wir brauchen den hier einmal bis nach hier vorne. Und den da ebenfalls. Ähm, okay. Okay. Okay, okay, okay. Okay, soweit, so gut. Ähm. Dann brauchen wir jetzt einmal die, 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 die Koordinaten hiervon. So. Dann wäre das einmal 35, 75, minus 180. 35, 75, so, jetzt aber, minus 180. Okay, dann geht das auf 34, 4, also, nee, okay. 34, 75, minus 180. Auf, auf, auf 34, 75, minus 180. So. Und dann geht das auf 181. Okay, bis 34, äh, nee, nicht 35, sondern 34, 75, minus 183, würde ich jetzt einfach mal sagen, machen wir. Eins, zwei, drei, 83, da haben wir genau die Mitte, das freut mich. Okay, das heißt, das brauchen wir jetzt einmal. Ähm, dann brauchen wir jetzt noch einmal die Blickrichtung, fällt mir gerade so ein. Äh, das hier ist ganz normal Süden, oder? Das ist Süden, das dachte ich mir. Und das hier wäre dann gegebenenfalls Osten. Okay. Soweit, so gut. Dann gehen wir einmal wieder nach unten und setzen das so einmal nach hier. Okay, ähm, was haben wir hier? Hier haben wir Magenta, Gläser, Cotta, okay. Wir klauen uns den einmal und wir klauen uns einmal den da. Okay. So. So, der kommt jetzt nach hier. Dann machen wir da einmal, was hat man gesagt? Das war dann 35, 75 auf 100, äh, nee, doch. 35, 75, 180. Warum du hier keinen Spalt zwischen hast, weiß ich nicht. So, okay, dann einmal rein damit. Okay, dann einmal rein damit. Set, block. Die Koordinaten, oh, Süden hat man gesagt, oder? Süden. Süden. Ähm, aber erstmal Bagenta, Gläser, Cotta. Ähm, da unten haben wir es. Und dann, Facing Süden. So. Nee, nee, gar nicht wahr. Osten brauchen wir. Ja, hatten wir auch gesagt, oder? Wir hatten auch Osten gesagt, oder? Ja, wir hatten auch Osten gesagt. Oder? Weiß ich gar nicht mehr. Keine Ahnung. Sehen wir dann. Ähm. Dann brauchen wir auf der Koordinate 4 und... Doch. Äh, Set. Weißt du was? Wir kopieren uns einfach den da. Ähm. Löschen erstmal die hier, kopieren uns den da, machen dann so, machen dann so und so. Und ändern dann einfach die Koordinaten, weil ich faul bin. Das Ganze neu zu schreiben. So, ähm. Da soll dann allerdings nicht mehr nach Osten, sondern wieder zurück nach Süden gucken. Ich weiß immer noch nicht, ob das wirklich Osten war. Sehen wir gleich. So, ähm. Dann kopieren wir uns den. Ändern jetzt hier die 80 auf 81 und dann immer so weiter. So. 82 und... Wer errät es? 83. Richtig. Okay. Ähm. Soweit, so gut. Dann haben wir das. Dann brauchen wir noch einmal die Laufbahn von dem anderen Villager. Das waren jetzt Polished. Ne, nicht... Was habe ich denn mit Polished die ganze Zeit? Ähm. Das waren Cobblestone Stairs. So. Dann kopieren wir uns einfach den. Machen hier so. Und da hat sich mein Kopf aufgehangen. Oh. Ja, jetzt geht's aber wieder. Tut mir leid an der Stelle. Ähm. Ach ja, wir brauchen jetzt hier die weiteren... Wir können... Doch. Können wir lassen. Okay. Ähm. Dann brauchen wir jetzt hier einmal diese Koordinaten. So. So. Ähm. Siehen wir richtig außerdem. Sehe ich gerade. Dann haben wir hier einmal... 34. 75. Ähm. Minus 100. 172. Bis nach... Ich glaube wir sind ja hier auf der gleichen Koordinate. Äh. Ja, machen wir auf die gleiche Koordinate dann wieder. Da braucht man dann jetzt nicht irgendwie abzubiegen oder sowas. Das heißt, wir können das ganz geschmeidig gerade ausmachen. So. Okay. Dann haben wir hier. Minus 172 haben wir gesagt, oder? Ja, haben wir. Dann hier einmal Cobblestone Stairs. So. Cobblestone. Da haben wir schon Stairs. Und dann wieder nach Süden. So. Süden. Und hier vorne brauchen wir noch eine 34. So. Ähm. Ja. Gut. Okay. Kopieren wir uns. Setzen einen drauf. Ändern hier zu 73. Ähm. Brauchen wir noch irgendwas? Achso, ja doch. Hier. So. Gut. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch den hier die ganze Zeit zu kopieren. So. Und. 34. Und. Äh. 74. Nicht 34. So. 35. Und. 36. 37. 38. Was habe ich denn die ganze Zeit mit 30? Sag ich jetzt echt die ganze Zeit schon. 30. 70 meine ich. So. 79. 80. 81. 82. Ähm. 82. So. Das ist jetzt hier der letzte. Ich habe das ganze für euch mal ganz kurz übersprungen. So. Und. Ähm. Die 3 hätte ich stehen lassen können. So. 83. Okay. Soweit so gut. Passt schon. Funktioniert. Häufens. Hauptsache funktioniert. Das wollte ich sagen. So. Ähm. Das machen wir einmal nach höchster Stufe hier. Genauso wie. Doch. Die waren auf der höchsten Stufe. Okay. So. Soweit so gut. Nachdem das dann geschehen ist. Machen wir dann. Einmal so. 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 Ähm. So. Und. So. Und dann noch diese 3 hier. So. Äh. Ne. So. Jetzt aber. Gut. Jetzt gucken wir uns das Ganze einmal an. Würde ich sagen. Ja. Würde ich sagen. Machen wir. Gut. Ähm. Einmal dich bitte hier. Ähm. Haben wir hier oben alles gelöscht? Ich denke schon. Wenn ich mich nicht irre. Haben wir alles gelöscht? Ja. Gut. Na los. Anscheinend sind wir aufgeflogen. Sie suchen uns bereits. Schnell beeilt euch. Halt. Warte. Was ist wenn sie uns entdecken? Ach. Solange wir uns beeilen wird schon nichts passieren. Na los. Komm. Moment. Was ist denn das? Guck mal hier. Was ich gefunden habe. Was hast du getan? Na egal. Komm. Das müssen wir uns ansehen. Ja. Das ist ja. Ja. Okay. Das war ja völlig knapp. So. Das wollte ich. Okay. Ähm. Der krepiert erstmal. Das wollen wir auch nicht. Ähm. Genauso wenig wie wir das da oben wollen. Was ist denn hier los? Ähm. Ja. Okay. Ähm. Wir gucken mal einmal. Wie machen wir das Ganze jetzt? Ach so. Ja. Ja. Okay. Ähm. Ne. Wart mal. Gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Das ist zu schnell. Der wird einfach zu schnell ersetzt. Weißt du was? Da habe ich einfach eine ganz einfache Lösung. Und zwar suchen wir jetzt unsere... Äh. Ja. Ja. Gut. Nochmal von vorne. Und zwar suchen wir jetzt einfach uns hier einmal der... Nach... Süden guckt von dem hier. Das war der hier. Perfekt. Und hängen den einfach hier mit dran. Das war doch Cobblestown, oder? Das war Cobblestown, oder? Das war Cobblestown. Wir machen einfach so und hängen hier die zwei einfach ab. So. So. Gut. So. Gut. Leck gerade ein bisschen. Nicht schlimm. Passt schon. So. Okay. Okay. Das ist jetzt verschwunden, der andere skripiert. Und... es, wenn sie uns entdecken. Ach, solange wir uns beeilen, wird schon nichts passieren. Na los, komm. Moment, was ist denn das? Guck mal hier, was ich gefunden habe. Was hast du getan? Na egal, komm, das müssen wir uns ansehen. Ja, okay, wenn die jetzt nicht, ähm... Okay, wir müssen soweit, äh, soweit ist alles gut. Soweit ist alles in Ordnung, aber das Einzige, was mir noch fehlt, ist, dass der einmal ganz nach, ganz hier durchläuft, und dass die dann verschwinden, soweit sich das Ganze schließt. Ähm, das wäre nämlich wichtig, und dafür nehmen wir uns jetzt einfach mal hier den hier, das ist einmal der für die Tür. So, da nehmen wir uns einmal den hier, und wir nehmen uns einmal den hier. So, und, ähm, ganz wichtig, wir nehmen uns einmal, ähm, nehmen wir uns einmal den hier. So, wir dürfen nur nicht vergessen, dass hier die Blöcke anders sind. Also, äh, dass der auf anderen Koordinaten eingestellt werden muss. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir hängen, wo hängen wir das denn dran? Wir hängen die hier, hängen wir mit hier oben mit bei, also hier hin. So, so, und so, und so, und würde dann sagen, wir hängen das einfach da hin. Ja, soweit so gut. Das müsste dann eigentlich passen. Okay, wir müssen jetzt hier nur noch einmal anzeigen, ach so, wird angezeigt, okay. Wo ist das denn? Das ist da. Okay, Okay, das heißt, oh, oh, so, äh, wir brauchen hier einmal eine höhere Zahl. Was ist denn das hier vorne für eine Zahl? Achso, das hier ist 8. Achso, okay, ja. Ähm, das sind die gleichen Zahlen, so. So, einmal gucken, ist das jetzt das hier, oder ist das das hier? Ich glaube eher das da, oder? Das sieht eher nach, nee, das sieht eher nach 28 aus. Dann machen wir einmal 39, das ist glaube ich zu weit. Nee, es ist gar nicht zu weit, es ist sogar noch zu nah. Okay, aber wir haben die richtigen Koordinaten zumindest gefunden. So, ähm, ich würde sagen, wie viel bräuchten wir denn noch hier? So, äh, das habe ich jetzt komplett vergessen zu gucken. So, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, denke ich mal, oder? 6? Ja, 6. Nee, Moment mal, 1, 2, 3, 4, 5, 5 brauchen wir. Doch, 6, okay, korrigiere. Sorry, ähm, 6, das heißt, wir brauchen einmal 45. Gut, dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. So, das sieht doch schon mal super aus. Okay, es ist zwar noch ein Block zu weit in der Richtung, aber, aber an sich ist das doch schon mal in Ordnung soweit, oder? Nee, Moment mal. Kann es sein, dass das ... jetzt passt es. Ja, gut. Okay. Okay. Gut, soweit. Passt es. Gut, okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze noch einmal an und dann passt das jetzt hoffentlich. so. Na los, anscheinend sind wir aufgeflogen, sie suchen uns bereits. Schnell beeilt euch. Halt, warte, was ist, wenn sie uns entdecken? Ach, solange wir uns beeilen, wird schon nichts passieren. Na los, komm. Moment, was ist denn das? Guck mal hier, was ich gefunden habe. Was hast du getan? Na egal, komm, das müssen wir uns ansehen. Äh, nee, okay, 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 ähm, nein, das sah ganz und gar nicht so aus, wie ich es eigentlich wollte. Okay, das heißt, wir nehmen uns nochmal diese drei hier. So. Ja. Ähm, die müssen nämlich jetzt, bevor das hier gelöscht wird, aber noch bevor die hier ankommen, müssen, müssen die gelöscht werden. Ähm, das bedeutet wiederum, dass wir einen längeren Weg brauchen. Okay, gut. Ups, den wollte ich eigentlich kopieren. So. So, ähm, wir lassen die hier noch ein bisschen laufen. Ungefähr jetzt noch den Weg, den sie normalerweise bis hierhin gebraucht hätten. So. Ähm, Wetsdown, so, da. und jetzt machen wir das Ganze so, dass, was ist denn hier, das ist Mensch und das ist auch Mensch. Okay, die beiden sind Menschen. Das heißt, der hier kann eigentlich hier mit dran. Ach ne, Moment mal, der hier muss erst später gelöscht. Ups. Okay. Upsi. Ach egal, wir haben ja vorne noch einen. Okay, ähm, wir killen hier bereits den ersten Menschen. Ich weiß nicht, welcher von beiden kommt zuerst an? War es halt Mensch 2 oder Mensch 1? Ich glaube Mensch 2 war es. Äh, Mensch 1 war ich. Ja, Mensch 1 war es. Okay, und killen dann so, ähm, wo kann man hier gleich, okay, passt, okay, so, so und so. Ne, da, würde ich sagen. Dann so und so. Gut, okay, ähm, das hätten wir soweit. Äh, das hatte ich gesagt. Äh, nee, hatte ich nicht. Wo habe ich denn jetzt den killcommand von der Tür? Oder habe ich den jetzt gerade gelöscht? Ich glaube, ich habe den gerade gelöscht, ohne den hier zu platzieren. Ich war mir zu 100% sicher, ich hätte den platziert gehabt. Okay, äh, kleiner Fehler an meiner Seite. Okay, nicht schlimm. Ähm, alles gut. Passt schon. So, 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 das erweitern wir hier noch ein bisschen, damit der noch ein bisschen mehr Zeit hat, hier rüber zu joggen. So. Und so. Okay. Gut. Soweit. So gut haben wir jetzt eigentlich alles, bis auf Disney und den killcommand wieder. Mh, so, den holen wir uns dann nochmal. Das hatten wir jetzt nochmal gesagt. Der Block war hier, da hatten wir 45 und 9. Oder? Ja, okay, doch, war richtig. Alles gut. Okay. So, dann gehen wir jetzt einmal hier raus, kopieren uns einmal den. So, setzen den da hin, machen einmal so und machen dann jetzt einmal nochmal so. Obwohl, die Tür braucht ja noch ein bisschen Zeit zum zugehen, deswegen machen wir den jetzt einmal hier hin. Mh, da machen wir jetzt einmal wieder die, ach, nee, warte mal. Wir waren vorher hier. 45, 44, 43, 42, 41. So, minus 41. Wenn ich mich jetzt nicht irre, und ich habe mich nicht geirrt. Okay, super. Und dann das hier trotzdem noch auf 9 hoch, oder? Ja doch, 9. So, minus 9. Okay, soweit, so gut. Machen wir das hier einmal noch dazu und holen uns jetzt einmal noch den Kill Command und dann müssten wir eigentlich soweit alles haben. So. Okay. Dann sind wir ja bald schon am Ende von dem Kinofilm hier. So. Ich glaube, hier nach kommen noch ein paar Szenen und dann war es das. So. Gut, äh, das war jetzt, ja, doch, gut, okay, alles gut. Ich habe mich nicht verdammt. Ich hole mir mal ganz kurz hier oben eine Whistlefockel, dann können wir das Ganze auch sofort nochmal starten und uns nochmal angucken. So. Na los, anscheinend sind wir aufgeflogen. Sie suchen uns bereits. Schnell beeilt euch. Halt, warte, was ist, wenn sie uns entdecken? Ach, solange wir uns beeilen, wird schon nichts passieren. Na los, komm. Moment, was ist denn das? Guck mal hier, was ich gefunden habe. Was hast du getan? Na egal, komm, das müssen wir uns ansehen. Ja, okay, ich habe keine Ahnung, warum die jetzt nicht gelöscht werden, aber das gucke ich mir dann nochmal privat ein bisschen an. Okay, dann würde ich sagen, was war es für heute mit der Folge? Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin. Ciao. So Leute, das war es jetzt hier vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ja, hier kommt ihr jetzt zum letzten Video und hier kommt ihr zu einem Video, was für euch abgestimmt ist. Hier unten könnt ihr mich gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin. Ciao. 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 Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein.